Every day I'm shufflin Every day I'm shufflin Diese Animation von den Zombies ist so gut, wenn die umfallen. Da gab es gerade so eine ganz coole Animation. Von dem Zombie, der gerade umgefallen ist. Oh, da oben kommt schon so ein Typ, der hat schon eine Pylone auf. Was soll denn der Scheiß? Junge! Was soll ich denn da machen? Das ist eigentlich, was ich machen kann. Das ist eine Kartoffelmine. Oder so eine Walnuss davor setzen. Nein. Jetzt kommt ja schon Pylonen, Hans. Boah, nee, ey. Noch mehr Sonnenblumen. Geht so nicht. Und da kommt schon einer mit einem Eimer. Kein Problem. Überfordert mich überhaupt nicht. Nein. Nee, gar nicht. Sag nur... Komm schon schnell. Ja, ich habe gegoogelt und bei der Game of the Year Edition, die du ja, glaube ich, hast, ne? Ja. Äh, ist es... Gibt es eine einzige Möglichkeit, diese war sehr unwahrscheinlich und von daher höchstwahrscheinlich keine Chance auf Deutsch. Ja, ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich... Da merkt man ja. Boah, der Typ... Der Typ mit dem Helm lebt immer noch! Also mit dem Eimer. Der ist fast an meiner ersten Blume. Nur noch den Rasenmäher. Ja, der Rasenmäher, ne? Der ist ganz dahinten. Der hat immer noch seinen Helm auf. Jetzt hat er nicht mehr auf. Jetzt frisst er meine erste... Blume! Hinten! Töt ihn! Du kannst dich den Rasenmäher einmal durchfahren lassen, oder nicht? Nein, kann ich nicht. Erst wenn die Barrikade geblockt ist, also bis nach hinten, dann... Äh, kurz vorm Haus setzt dieser Rasenmäher, glaub ich, ein. Achso, das ist automatisch. Ich dachte, er... Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, Mann, ey, der schlackt jetzt schon. Boah, nein. Töt ihn, töt ihn. Komm schon, noch einen Schuss. Einschuss genügt. Ja, passt du. Gut, du bist ein guter Junge. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass jetzt schon eine Welle kommt. Jetzt kommt schon eine Welle! Und ich bin noch... Die letzte Welle und ich bin noch nicht mehr voll Equal. Gut, Junge! Ich bin tot. Letzte Welle und ich hab gar nichts. Da oben ist ein Typ, einem Dingens. Freut mich. Ja, ist... Kein Problem, nein. Ist ja nicht so, als ob ich hier gar nichts hab und so. Boah. Ich war noch gar nicht bereit. Und die lassen mir nicht mal Zeit. Und geben mir nicht irgendwie einen Breitknopf. Ich kann ihn nicht alles aufbauen und so. Nein. Darf ich nicht. So. Das war's. Auch wenn wir jetzt nicht alles aufbauen konnten. Aber ich glaube, das ist jetzt entschieden. Cool. Ich hab bis jetzt noch keinen einzigen Rasenmäher verloren. So. Ich hab ihn jetzt einfach gefressen. Und da haben wir die Erbse, die zweifach schießt. Doppelschießt. Sie heißt nämlich Repeater, lol. Fires two peers at a time. Klingt geil. Klingt gut. Und werde ich auch diesmal nehmen. So, da kommen wieder dieselben Typen. Stabhochsprünger. Buckethead-Zombie. Und Conehead-Zombie. So, 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 so. Ja, ich glaub, das ist ein ganz gutes Spiel. Das kriegen wir hin. Let's rock! Lady Sad Plant. Und die erste Sonnenblume. Das Gute ist, man hat hier noch Vorbereitungszeit. Das find ich noch gut. Ich kenn ein paar Spiele, da hat man 5 Sekunden Zeit. Beispiel ist Call of Duty Black Ops Zombie-Modus. Wer sich dran erinnert, man hat 5 Sekunden Zeit. Es wird nur kurz angekündigt, dass dann die nächste Welle kommt. Und dann geht's ab hier. Die Lutz. Keine Chance, irgendwo noch hinzulaufen und so. Hier hat man halt Zeit. So, ich werde jetzt wahrscheinlich hier in der Reihe... Also hier so eine Reihe Einzelschuss machen, hier eine Reihe Doppelschuss und hier eine Reihe Snow Schnee. Ich hab das Spiel früher mal, glaub ich, auf dem iPad gesucht und sowas von. Ich weiß nicht, ob das hier Original ist von dem App und so. Also hier ist es ja... Hier gibt es ja, glaub ich, sowas noch mit... Hier, man kann sich seinen eigenen Zombie erstellen und der ist dann halt... Wirklich? Ja. Keine Ahnung. Some Baiter, hab ich grad gelesen, ja. Oh Gott. Ich seh schon wieder, dass wir wieder voll unterequipt sind, aber ich krieg's hin. Naja, da oben kommt dann schon einer und da auch. Ja, so. Das ist das einzige komische Spiel, was man nicht im Vollbild spielen kann. Schade. Egal. Problem. Nein. Nein. Wie? Wie kann jetzt da schon ein Stabhochsprung sein und der Reihe, wo noch gar nichts ist? Nein. Leck mich. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Nein. 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 Oh Gott. Siehs. 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 Nein. Oh Gott. Er wird kommen. Nein. Warte. Ich hab noch ne Chance. Ich hab noch ne Chance. Komm komm komm. Gib mir 50. Gib mir zwei Blumen. Gib mir jetzt noch zwei Blumen. Jetzt gib mir noch eine. 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 Gebt mir noch eine. Gebt mir noch eine. Gebt mir noch eine. Gebt mir noch eine. Hallo. Ja, es ist zu spät. Jetzt nimmt der Rasenmäher den mit und dann war's das. Da oben kommt schon Pilonen, Heinz. Ey, ich bin gar nicht drauf vorbereitet und jetzt ist irgendwie die Maus total. Eben noch. Oh, die Level sind so einfach und jetzt bin ich so. Pilonen vorbereitet. Nein. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Juni, du bist gut. Du bist gut. Ich freu mich. Boah. Alter. Jetzt geht die. Jetzt geht's hier ab oder was? Ja, klar. Da oben kommt auch ein Pilonen, Heinz. Alter. Ist das Spiel auf dem PC schwer oder was? Ich muss ja Wahlnusser aufstellen. So was. Oh Gott, da kommt noch wieder so ein Hans. Töte ihn. Töte ihn auch. Töte ihn auch. Töte ihn auch. Töte ihn auch. Töte ihn. Töte ihn. Ich brauche mehr Blumen. 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 Nein, du frisst meine Blumen nicht auf. Du frisst sie nicht auf. Nein. Du wirst es nicht schaffen. Game over. Okay. Lol, jetzt kommt eine Welle. Jetzt kommt jetzt nicht ernsthaft. Also nur eine Welle. Nicht die finale, aber eine Welle kommt jetzt schon. Junge. Was ist das denn? Nein. Kannst du knicken. Boah, da kommt. Ja, sicherlich. Was kommt denn da bitte? Alter, ist hier Standing Novation oder was? Hallo? Was geht? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das sieht gut aus. Eine Blume noch. Ja, jetzt haben wir die Blumen alle komplett. Jetzt wird das kein Problem mehr sein. Da wird es ein Problem werden. Weil da wird schon eine Nuss aufgegessen, die ist noch ganz, ganz, naja, passt kaputt halt noch. Boah, jetzt kann ich schon die Doppelschießer setzen. Die reden halt richtig, die schießen doppelt. Das ist ein Vorteil für uns. Das hätte ich bei dem Namen nicht erwartet. So, jetzt haben wir überall Barrikaden, das heißt, die können sich erstmal totfressen, die Viecher. Oh, Alter, da kommt schon wieder so ein Hans, ey, mit einer... Nein, bitte nicht. So, und wieder doppelt schießen. Das sieht gut aus. Aber die Tiefen sind alle krass, die wollen irgendwas von uns, die wollen unser Gehirn. Ich sage, ja, Leute, das ist nicht mein einziges Haus. Sucht euch in jemanden anders. Nee, oder? Da springt nicht ernsthaft da oben einer. Ich muss hier mal Gewalt einsetzen. Sorry, ich muss hier gerade eine Kirschbombe setzen, weil das war einfach nicht schwer. Das waren so viele Junkies, ey. So, jetzt haben wir gleich... Kommt noch eine Blume, jawoll. Jetzt haben wir sie überall. Die Reihen komplett. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal machen werde. Ich werde mal die Reihe durch eine neue Nuss ersetzen, weil die komplett kaputt ist. Gut, wir sind gesichert. Wir sind gesichert. Weitere Weise kann ich nichts mehr. Ich habe jetzt alles gesetzt, was gesetzt werden kann. Da ist das Spiel für uns. Ganz viele Sonnen für uns. Das ist 400 und ich warte einfach, bis ich jetzt die Explodierbombe habe. Weil jetzt ist nur noch ein Gegner. Und da haben wir eine Notiz erhalten. Eine Notiz, ein Zettelchen. Irgendwas hier so. Es steht drauf. Hallo, wir werden einen All-Out-Attack auf dein Haus mit Zett. S-S-Sin-Sincerly, die Zombies. Übersetzen? Wir werden einen Großangriff auf dein Haus starten. Mit Freundchen grüßen. Zombies. Okay. Das Schock-LPs Haus. Ganz viele Zombies. Viele Zombies. Ein Minispiel. Oh, da oben läuft jetzt ein Fließband und ich bekomme Sachen. Coming. Dann mache ich das hier in der Reihe. Erstmal so. Erstmal bauen. So. In die Reihe mache ich die hier. Oh, die Musik finde ich so richtig geil. Also die Musik von... Die Musik hat mich schon immer begeistert. So, ich habe wieder drei Sherry-Bombs. Kennst du das Minispiel? fließband und du kannst die sachen also die staunen sich dann links so auch naja doch das kenne ich so ich habe glaube ich um gleich die hälfte geschafft auch wieder zombies und ich sage poudy das heißt so jetzt bekomme ich ja irgendwie nur nüsse es ist nicht schön wenn ich nur nüsse halte da bin ich nämlich ganz traurig so jetzt kommt glaube ich eine welle aber ich gebe nicht auf ich bin total darauf vorbereitet ich habe eine stelle bomb einsetzen werden sind ein paar weg und ich habe wieder eine bombe macht da bäääääh oder uns nur noch einige leichte ich könnte siegen ich kann es nicht mehr viel machen außer Oh, das geht ja noch weiter Ich dachte, das wäre die letzte Relle Aber es geht ja noch weiter So, gucken, was wir noch kriegen So, da unten sind noch zwei Und dann, oh Gott, das kann auch dauern Gut, aber witzig So, ich habe solche Fresspflanzen So sehen die aus Die fressen sie erst unsere Zombies Und dann freuen sie uns halt Dann kauen sie sie Und die brauchen halt zu kauen So viel jetzt aufbauen wie möglich Guck, je mehr Zombies zu werden, desto höher die Die sinkt die Framework Boah, Alter, jetzt wird viel geballert hier Wir sind richtig ab hier Ich habe mich selber nicht mehr, weil das so laut ist Und schießt Oh, Alter Ich habe da den gerade gefressen Vielleicht sollst du die Spiellautschläge ein bisschen runterstellen Oh, ich weiß nicht, wie du es machst Ich mache die Lautstärke vom Spiel meistens so auf ca. 30% Ja, das ist gut Das sollte reichen Gucken, was ich noch kriegen kann So, jetzt haben wir gleich die finale Welle Boah, ja Ich glaube, der kommt nicht weiter, der kleine Mann So, das war's Ich glaube, das passiert nicht mehr viel Doch, da kommt noch eine finale Welle Sorry Ich habe vergessen So Da würde ich noch eine Frostblume hin tun, weil in der Reine noch keine ist Ja Sonst die würde ich mir aufbeheben Und die Da hin Und die da hin Und die da hin Scheiß drauf Ich sage, wir haben hier volles Hauptquartier jetzt Das schießt Und gleich geht's richtig los, Leute Merkt euch das? Jetzt schießen sie alle Jetzt schießen sie alle Jetzt schießen sie alle Ja Ja Ja